Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Jesaja 57, Vers 18. Und da steht, ihre Wege habe ich gesehen, aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben und denen, die da Leid tragen. Was willst du mehr? Ist das nicht eine gewaltige Verheißung? Gott sagt, ihre Wege habe ich gesehen. Also er kennt deine Wege. Und ich will sie heilen. Er will dich heilen. Ich will dich leiten, sagt er. Und er will dir Trost geben, Trost spenden. Und wenn du Leid getragen hast, will er dich trösten. Er will bei dir sein. Nimm diesen Vers und sag ihm jeden Tag, zum Beispiel, wenn du in dieser Not bist, nimm es. Sage Gott, hier ist es. Daran glaube ich. Daran halte ich fest. Es ist dein Wort. Und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich wünsche dir, dass du ein Segen aus dieser Verheißung nimmst und das mitnimmst, damit Gott verherrlicht wird. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.